Heyho und Willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Impact? Impact? Das ist jetzt glaube ich... Habe ich schon wieder Impact gesagt? Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit dem hier, ne? Zhao wollte... Zhao, nicht Zhao. Zhao wollte etwas... Ah, der ist ein bisschen weiter weg. Das ist also Sumero. Oh Gott, ich freue mich schon so sehr darauf. Äh, hier. Okay, wo ist der jetzt? Ist es hier nicht bei Shen, hä? Egal. Worüber denkst du nach? Ich sehe sie doch nicht. Ich würde da nicht so wirklich zustimmen, weil ich meine, du bist mehr als das. Ich glaube, ehrlich gesagt. Obwohl, nee, keine Ahnung. Ich kannte Bosetius nicht. Und vielleicht auch das gleiche ist für mich. Nach dem Leben so lange leben. Zu sterben und das Akt, zu retten, zu retten, wäre nicht eine schreckliche Sache. Ihr sollt bereits wissen, dass das nicht wahr ist. Wissen, dass das nicht wahr ist. Ihr sollt bereits wissen, dass das nicht wahr ist. Dass das nicht wahr ist. Hm. So, vielleicht... Also, Ushiii wollte uns zu erzählen, dass das sehr wichtig ist. Huh? Ushiii sagte, er hat das power zu exerzieren demons. So, die Leute benutzen ihn, um ihn zu fendern. Aber, nachdem er Ito kennengelernt hat, hat er noch nie seine Seite verlassen. Er hat auch gesagt, dass er keine großen Philosophien hat. Er denkt nur, dass wir unsere Leben über die Menschen, die uns glücklich machen. Leute, stimmt ja. Wenn Beefcake, oder Ushiii, oder was auch immer, die ganze Zeit nur Geister exerziert. Aber damit er mit dem Geist die ganze Zeit zusammenlebt. Also, ich meine, zusammen, ja. Weil Onis sind ja Geister. Vielleicht gibt es nicht so viele Regeln, über wie wir unsere Leben in dieser Welt leben müssen. Also, er hoffe, dass du dich anrufen kannst, dass... Es gibt immer jemanden, der euch zur Seite stehen kann. Ja, wie Leute mit Visionen. Sie haben mehr Resistenz gegen eurem Power, richtig? Und... Und... Es gibt viele Leute, die wirklich über dich interessieren. Wir, zum Beispiel. Hm. Suddenly, du klingst ein bisschen wie Bosasius und die anderen. Sie sprachen über, wie sie hoffen, dass sie ein Immortals Leben leben, wenn die Welt in Frieden war. Ich denke, ich war der einzige, der nicht so denken. Und du bist der einzige Überlebte. Die Bosasius, die in dem Fantastischen Kompass verletzt, hat seine Sanität verloren. Er hat die Menschen, die um ihn als Alatus, Minogius und andere. These are the names of the five Yakshas. I am Alatus, and Minogius is General Capicis. Okay. The others are Bonanus, or General Chizapis. And Indarius, or General Musatus. I heard that people call the five of us Yakshas, the Guardian Adepti. Heh. Okay. Bonanus, Chizapis, Indrius, or Satus? Bosasius and Yelon's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelon was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments. It took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yenfei and Yelon are correct. I always prepare for the worst case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. Ja, ich wusste, dass es Zhongli ist. Aber diese Kraft stand wirklich von Zhongli, ja? In the end, I still had to burn in another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, äh, Rex Lapis for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, um zu überleben. Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius' memory. Ich scheine es auch vage zu spüren. It's good, that one more person will remember him. Hm, Minogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyang, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyang? Boyang? Hmm, you are Boyang, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here. No, no, you have to leave. Nonsense, brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now, too? Hmm. Boyang, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongjiao up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family, too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes. But who am I? And where is my family? I'm... Brother! What's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't... Don't die before me. Alatis. Is that you? Who's Alatis? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Brother! Look. There's someone over there. Who are they? They're... They're my... My... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Oyam. You're... You're awake? At least... At least tell me your name. Brother! Brother Bosatius. Hey, Bosatius. Bosatius. I... I am Bosatius. And my destiny... Is to make... The ultimate sacrifice. I've said so much today. But... I don't need to hold back as much when I talk to you. Auf jeden Fall. Schau, du bist cute. Dankeschön. Vielen Dank. Es ist echt schön zu hören, dass du uns so vertrausten. Du dich uns öffnen kannst. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been? Ja? By now. I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. How? Is it in Ordnung, dass ihr mir das sei? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are related to you. Bonanis, Minogius, and Indarius all perished. And only Bosatius' fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the Chasm. Despite being fully aware of the danger. Oh, das ist so schade. Die sahen alle so cool und interessant aus. Come on. Die hatten alle ein eigenes Element. Really cool. Now that I know what happened in the Chasm back then. I can finally put this matter to rest. Nur kein Eis und kein Dendro. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pravases in memory of Bosatius. Unfortunately, the stone did not survive. Pravases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosatius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonan has said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosatius, Bojang, and all those soldiers. Sag das nicht. Jeder ist ein Held. Heroes. Die sind Helden. Ich glaube, er hat gesagt, dass sie alle Helden sind. Dass er hat gesagt, dass alle Helden sind. Ich liebe das Wort. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on. Heroes will always look out for each other. So, Auftrag abgeschlossen, ne? Dann fehlt ja mit Herz und Seele. Ach, schau. Ist so cool. Willst du nicht Teil des Teams sein? Egal. Also. Das war's mit dieser Folge von Genshin Impact. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Toodaloo!